Ich muss gleich mal was ausprobieren. Ah, das haben wir schon mal nicht geschafft. So, ja. Warte mit ihm. Okay. Wie viel Deutsch macht das? Oh, mehr als genug. Okay. 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 So, wenn es das jetzt... Komm, bitte, 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 sei... Ja! Das kriegen wir hin. Oh, sechs... Ne, sieben Ziele. Wir haben zwar das hier nicht geschafft und einen verloren, aber trotzdem ist das hier schon fast voll. Also, wir haben das hier nicht geschafft. Okay, der blaue Ranger muss am Ende noch stehen. Okay. Square House Kick, ich will nicht riskieren, dass... Dass die zurückstößt. Okay. 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 Wie halten die aus? Zu viel. Die halten echt viel aus. Okay, okay. Ich seh's schon. Rotaranger... Du kommst gar nicht bis dahin, ne? Dann höchstens... Kann ich das Portal hier rüberziehen? Ne. Aber das geht. Gabriele. Was? Let's go. Fuck. Oh. Oh, Analytics. So, die Portale müssen erstmal zerstört werden. Pass auf. Draht zu lenken, na? Ja. 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 Ich dachte schon, die machen jetzt einen Cliffhanger da draus. Sie ist unser ranger, oder? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Alles klar Ich habe nur das Gefühl Dass Das auch negative Auswirkungen haben wird Dass wir sie jetzt ins Team geholt haben Ich wette, dieser Spruch gerade, den sie losgelassen hat War auch eine Anspielung auf irgendwas Alien Card Oh, okay Okay, Team Gaga Finde ich gut, dass du ihn unterstützt Danke Okay Oh mein Gott Wenn ich jetzt wüsste, was über Rashi heißt Das ist so dumm Nick Anger Ja, ja Danke, Nick Fury Hmm Ja, das ist so dumm Ja, das ist so dumm Okay, ich habe 50 investiert und 220 um einen Fan rausbekommen. Alles klar. Und wir haben einfach dicke Money. Also, bevor wir aufhören, möchte ich aber noch ein paar Upgrades hier machen. Das hier ist alles voll aufgeblästet hier. Das hier kann man doch auf jeden Fall mal holen. Das hier kann man holen. So, unser sechster... Wo ist unser sechster... Hä? Wenn wir von unserem sechsten Ranger nichts holen. Bis zum nächsten Mal. Oh man, das ist... Okay. Wobei das wäre... Ja, das wäre das Problem gewesen. Okay, was haben wir noch? Die sind kacke, wegen Movement. Was haben wir denn als Elite gloves? Ja, okay, das sind... Okay, Skill Region möchte ich aber schon behalten. Ah, okay. Dodge ist zwar dann runter, aber... Wie sieht's denn mit Crafting aus? Okay, dafür brauchen wir... Energy... What? Energy Bow. 24 Regen, 54 Damage, 180 Kost. Was haben wir denn hier? Ich würde eigentlich sogar sagen, dass der hier besser ist. Level 5. Das heißt, wir brauchen... 8, 9, 10, 11, 12... Also... So... Und... So... 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 So, was kommt noch? Was kann man noch holen? Das hier ist voll. Wir können Mecha-Combo-Damage noch fertig machen, wenn wir noch so ein Gold-Tape bekommen. Perfekt. Nice. Da hat unser Mecha auch schon fast vollständig geupgradet. Wir brauchen... Also, zuerst einmal das hier. Nochmal Gold-Tape und... Alien-Cardboard. Nice. Ähm, nein. Da wollte ich hin. Aha. Okay, aber ich würde sagen, das reicht erstmal. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Let's Play Chroma Squad. Okay, genau so, ich würde sagen, das war doch bacchanfest. So, ich würde sagen, das Glück, ich werde mich wieder zurück true kommen. So, ich würde sagen, das Leben attitudesうわ Place für Titlen die Bode noch nie Bis zum nächsten Mal.